Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von dem Adventskalender. Heute haben wir Türchen Nr. 6, heute ist ein Special Day. Heute haben wir Nikolaus und dabei habe ich den Nikolaus, der Nikoläuse, der Micha. Hi! Hohoho! Moin Moin! Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt. Wir prognostizieren heute Gladbach gegen Bayern. Micha darf Bayern München sein. Ich bin Gladbach. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Mal gucken und heute ist natürlich an diesem Special Day. Special Day. Tee, ja, Tee wäre jetzt auch gut. Direkt rein. Alles klar. So, Borussia Gladbach. Borussia Gladbach gegen Bayern. Gegen München, ja. Ja, ich bin gespannt. Lasst uns auf jeden Fall rein starten. Wird ein hartes Battle. Lol. Kannst du mal Pause machen? Hilfe? Bäm. Geht nicht. Ich schieße mal raus. Gibst du mir nachher wieder. Äh. Ich muss das hier kurz, du weißt, ne? Umstecken. Ich höre dich kurz nicht. Tschüss. Ja, tschüss. Das macht gar keinen Sinn, dass das nicht geht, aber... Das hatte ich letztens auch schon. Wahrscheinlich schmiert mein PC jetzt ab. Kann auch passieren. Black Screen auf jeden Fall schon mal. Du hast auch 30 Sekunden. 20. Ne, geht irgendwie nicht. Das macht gar... 15. Jetzt schmeiße ich alles um. Was ist das denn? Ich höre dich mal auf. So, jetzt höre ich dich. Das geht immer noch nicht irgendwie. Das ist ganz komisch. Ende. So weitermachen? Ja, 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 ja. Er lässt sich einfach massig Zeit. Hier. Oh, ich kann das. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. So geil. Leute, heute ist der erste Tag vom Adventskalender, wo ich nicht meinen Merch trage. Allerdings sind beide T-Shirts einfach in der Wäsche. Ähm, der liebe Herr Fuchs wird den gleich tragen in unserer Challenge. Oh, was? Als ob der nicht drin war. In der Abrie. Das ist eigentlich deine Spezialität. Das war sogar abseits, glaube ich. Ja, das ist doch nicht schlimm. Der Fuchs wird gleich den Merch tragen. Ich heute nicht. Tut mir echt leid. Aber, ihr wisst es, ich habe es die letzten Tage immer schon eingeblendet. Es gibt aktuell wieder 10% Rabatt. Also, falls ihr auch noch keinen habt, wie ich gerade, unbedingt mal vorbeischauen. Zu Weihnachten. Perfekt. Es lohnt sich. Der ist richtig geil, der Pulli. Alles andere auch. Der Pulli. Also, ohne Spaß. Oh, lol. Rück zur alten Wurzel. Sehr, sehr ausgeglichen. Und jetzt gibt es den riesen Konter. Jetzt gibt es den riesen Konter. Und Kommand ist durch. Kommand. Oh, was eine Megaparade von Jan Sommer. Es war nicht mal abseits, was ist denn hier los? Was geht denn los da rein? Oh, Gott. Oh, Mbolo. Mbolo. Oh, fuck. Es war so knapp. Ein Ticken zu lang hat es gedauert. Oh, da hat er mich stehen lassen. Oh, wow. Es wird jetzt aber ganz tricky hier. So, wir haben schon mittlerweile Halbzeit. Und es steht 0 zu 0. Wie war das im Football Manager? Da ist der mit Gladdebach schon mal hier Bayern geschlagen. Das ein oder andere Mal. Jetzt kommt Mbolo. Oh, Kimmich. Da ist nix. Oh, der Konter. Alter, Kommand ist sowas von frei da rum. Oh, der Schuss. Oh, Sommer. Nicht schlecht. Lol. Doppelpass gibt es wohl nicht. Jetzt. Duram, wer ist das? Was für eine Chance. So lang ist gar nicht mehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Und das ist es. Nein. Scheiße. Da ist es, aber es ist verdient. Es ist verdient. Und dann lupft der in ganz eiskalt. Ühe mich drüber. Oh, Gott. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und dann geht es richtig ab. Und dann geht es richtig ab. 2 zu 0. Ui, was ist das denn? Akrobatik-Bur. Toll wie so. Jetzt wird gewechselt. Und jetzt wird getroffen. Raphael kommt. Oh, er kann ihn nicht durchstecken. Aber er kommt irgendwie selber durch. Raphael. Ach, Mann. Raphael. Und Kramer. Oh, Mann. Das gibt es doch nicht. Sturm und Drang-Phase jetzt. Oh, lol. Oh, neuer. Hier ist noch was drin in diesem Spiel. Leiner. Leiner. Und da unten ist Plea. Da ist nochmal der Anschlusstreffer. Den wollte ich unbedingt. Die Torhymne. Und den Ehrentreffer. Dritt gegen zwei. Alice zum Plea. Also, schade, dass man in der Wiederholung nur das sieht. Das war wirklich von Anfang an gut kombiniert da. Danke dir. Auf der Außenseite. Danke dir. Jetzt wird es nochmal eng. Gibt es da noch was? Geht noch was? Abseits. Oh. Oh, was? Süle, lol. Das war ja... Was für ein Eldentat. Das war ja... Die beste Parade. So krass. Und danach freut er sich nicht mehr. Er war sogar schockiert. Dass er den nicht gemacht hat oder so. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall richtig komisch. Oh, Mann, ey. Ja, Ball konnten wir nicht klären. Gladbach absolut die bessere Mannschaft. Jetzt zum Ende nochmal. Gladbach ganz gefährlich. Kein Problem für Manuel Neuer. Schafft es aber nicht. Er nimmt das Ding. Und rescht ihn nach vorne. Bayern gewinnt. Bayern gewinnt. Unsere Prognose 1 zu 2. Ja, sehr ausgeglichen. Hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir rein in die absolut krasse Challenge. So Leute, damit sind wir hier und heute in dieser absolut krassen Challenge. Ihr habt das bestimmt schon gesehen, dass das Video ein bisschen länger ist, denn wir haben uns mit dem Micha was ganz, ganz Besonderes überlegt. Wir haben das beide noch nie gemacht. Wir werden heute ein Squad Builder Battle machen. Ähm, dabei sind wir hier in Ultimate Team, werden das mit einem Dream Squad machen. Unser Starspieler ist Serge Gnabry. Wir werden uns rund um ihm ein Bundesliga-Team bauen. Bestehen nur aus Bundesliga-Spielern. Und, ähm, ja, ich bin absolut gespannt, wie das läuft. Der Micha, den müsstet ihr jetzt hier neben mir sehen. Äh, der hat sogar den, äh, Merch jetzt an. Das ist richtig krass. Merch-Pulli. Exile dafür aufgestanden. Ganze hier, ja, perfekt. Richtig geil. Ich hoffe, dass das mit der Konstellation alles passt, dass es mit der Aufnahme hinhaut. Ähm, und, ja, ich werde auch, ich hab grad den Greenscreen. Entweder ich sitz grad irgendwie vor einer komischen, äh, Wand, vor einer blauen Wand oder sowas, wie ich das standardgemäß manchmal habe. Oder ich sitz am Strand oder ich hab den Greenscreen einfach da. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Äh, wir haben uns überlegt, wir werden einen Timer von 10 Minuten starten. Und, äh, sobald ich diesen Timer starte, werden wir wie die Blöden drauflos unsere Mannschaft bauen. Und danach werden wir die natürlich ganz normal erraten, wie ihr das, äh, kennt. Äh, und danach werden wir ein Spiel mit der Mannschaft machen. Äh, ich bin gespannt, wie das läuft. Wird auf jeden Fall absolut crazy. Ich hab sowas, wie gesagt, noch nie gemacht. Äh, das machen andere Kollegen, äh, bestimmt professioneller. Aber wir probieren das einfach mal aus. Und ich würde sagen, wir starten damit den Timer. Let's, let's go. Ladies und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 4, 3, 2, 1. Die Zeit ist abgelaufen. Alter, bei mir rief es ja richtig scheiße. Also ich habe das Team so erstellt, so, weiß ich nicht, so auf, auf, keine Ahnung, auf was, so richtig so, ja, das wird schon passen. Und dann habe ich im letzten Moment noch zwei Spieler changen müssen. Wie krass ist das denn? Alter, wir fangen an mit den Stürmern. Ich weiß nicht, ich würde dir das, das, das dem Gast das erste Wort lassen. Schreib mal auf, drei sind's. Okay, dann halt mal, halt mal hoch. Ich bin gespannt, was du aufgeschrieben hast. Okay, direkt neben Gnabry habe ich in der ersten Stürmerposition einen Dortmunder. Und zwar Paco Alcacer. Dann habe ich links daneben einen sehr, sehr schnellen Typen. Und zwar den guten Timo Werner. Und auf dem linken Flügel, da haben wir uns geeinigt, dass auch linkes Mittelfeld geht. Und dementsprechend habe ich auch ein linkes Mittelfeld. Und zwar ist das Kostic von Frankfurt. Hast du einen von denen? Ja, alle drei, Leute, ihr seht es. Was? Werner, Paco Alcacer und Kostet. Was? Bist du mich verarschen? Hier nochmal der Beweis. Das fängt ja richtig gut an. Ich gehe diese Challenge verkaufen, Alter. WTF ohne Flachs jetzt. Ich habe gedacht, wo du sagst, Dortmund, da ist das so geil. Das fängt ja schon mal geil an. Und da wird der Paco genommen haben. Und da sagst du jemandem, was ganz schnell ist. Ich sage so, Werner. Und da hast du gesagt, ja, wir können uns auch auf LM einigen. Und ich habe gedacht, irgendwie mit Frankfurt wird er ganz gut was einbauen. Und habe einfach Kostic genommen. Ja. WTF. Hier nochmal zum Beweis, Leute. Da seht ihr es. Das ist die Liste. Oh, ich freue mich so. Einmal Akono von Mainz reinpacken. Richtig geiler Typ. Dann packen wir Mamba von, oh, ups. Äh, Mamba von, äh, Paderborn rein. Und dann muss ich noch fürs LM gucken. So rum war das. Ja, ja. Mit dir nehme ich diese Challenge nie wieder auf. Ja, gut. Haben wir erst mal drei, vierundsechziger im Team. Ist ja geil. So. Dann bist du dran. Ich halte meine Sachen hier. Ich halte die mal rein. Ja. Bist du schon soweit? Ja. Gut. Also. Rechter Flügel ist unser Starspieler mit Serge Gnabry. Ich habe nur eine Spezia vorne drin und einen LF. Im Sturm spielt ein Leverkusener. Und zwar ist das Kevin Volland. Als linker Flügelspieler spielt, ihr seht es, Leon Bailey. Okay. Äh, ich habe keinen. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich weiß nicht. Also, jetzt habe ich ein bisschen Angst ja schon. Ich habe mir. Achso, ich muss doch gar nicht. Ja, doch. Ja, doch. Ja, ja. Ich habe mir links jemanden überlegt, der ein Insider bei uns geworden ist. Äh, und zwar Kramer habe ich links. Äh, und rechts. Kramer hat nur eine 80. Rechts habe ich mir einen deutlich besseren geholt. Kommt auch von Bayern. Ist jetzt ein bisschen kritisch. Alter, mich ja wahrscheinlich schon wieder gewinnst. Ähm, ich habe Thiago. Dann kann ich so viel sagen. Einen habe ich richtig und das ist Thiago. Ah, Mann. Und ich hatte gedacht, du hättest vielleicht dann auf der anderen Seite wegen Dortmund und Verbindung da Hut. Aber, nee. Willst du mich verarschen? Da darfst du auch gerne einen Torwart jetzt einsetzen. Alter, das ist schon der vierte, den du erinnst. Aus elf und aus zehn eigentlich. Dann haue ich den mal kurz rein. Das ist Nikolas von Union Berlin. Geiler Typ. Shoutouts gehen raus. Vierte 64er in meinem Team. Okay, du hast drei Mittelfeldspieler. Ja. Ich halte rein. Meine Kamera hält das hoffentlich noch aus. Ich glaube, du wirst ziemlich viel richtig haben. Wir fangen mal an mit dem zentralen Mittelfeldspieler, der auf der rechten Seite spielt. Das ist Julian Brandt. In der Mitte spielt Kai Havertz. Und auf der rechten Mittelfeld, also zentralen Mittelfeldposition spielt Leon Goretzka. Alter, ich kenne mir so in den Arsch beißen, weißt du das? Kein? Ich habe einen, aber ich hätte einfach alle haben können. Ich habe, als ich so durchgeguckt habe, dachte ich so, ja, aber es wäre irgendwie zu obvious. Zum Beispiel Havertz oder so. Also, ich dachte wahrscheinlich Havertz, ja. Und habe dann Harit aufgeschrieben. Ich dachte, du findest den irgendwie so, weil der halt auch gut ist, dass du dann doch den genommen hast. Dann habe ich noch Kampel. Kevin Kampel. Hatte ich auch ernsthaft überlegt. Und, naja, gut. Goretzka habe ich erraten. Und da ich davon ausgehe, dass ich wahrscheinlich keinen errate, gönn dir mal den gleichen Teuter wie ich. Nikolas. Dann legen wir los. Halt mal rein. Also, bei dir habe ich echt Angst. Du bist ja so ein krasser Typ. Okay, wir fangen von rechts an, denn rechts habe ich einen richtig frechen Move gemacht. Ähm, du könntest absolut drauf kommen. Ja, wahrscheinlich Kimmich. Ja. Hast du den? Berate ich nicht. Warum? Jetzt schreib doch nochmal oben schnell. Nein, ich halte es an die Kamera. Äh, Mann, ich habe Kimmich. Ich habe Angst, also ich weiß es nicht. Und passend zu Kimmich habe ich dann noch einen Deutschen genommen. Ähm, Boateng. Äh, Jerome Boateng, der Boss. Ganz simpel, ganz einfach. Auf der linken Seite habe ich es dann ein bisschen trickier gemacht. Ich habe einen Bayern-Spieler trotzdem genommen. Bin aber mit einem Franzosen gegangen. Den könntest du aufgeschrieben haben. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich hoffe, dass du nicht in die Bayern-Richtung gegangen bist. Hernandez. Ähm, und ganz links, ich glaube nicht, dass du auf den gekommen bist. Äh, Arun Mürden. Äh, Arun Martin. Von Mainz 05. Okay, also 50 Prozent, also 50 Prozent gehen bei dir weg. Nein! Nein, Mann, weg mich, du bist so ein Hund. Also ich habe aufgeschrieben, für die Linksverteidigung habe ich Rosillon von Wolfsburg. Ich habe gedacht, ich habe Franzose, damit habe ich natürlich Innenverteidiger, Hernandez. Du bist so ein Hänger, Mann. Damit du dann auf die deutsche Seite kommst, habe ich gedacht, Hernandez und Deutsch kann nur Boateng die Kombination sein. Damit die den gleichen Verein haben. Aber als RV habe ich gedacht, du wärst nicht so mutig, nimmst Kimmich, sondern nimmst Lars Bender. Oder Sven Bender. Also darfst du deine Innenverteidigung austauschen. Ich krieg's so ins Konzen. Dann, äh, hier, viel Spaß. Ich werde wahrscheinlich gar keinen erraten. Du bist dran. Ich bin dran. Ja. Ich fange genau wie du auf der rechten Seite an. Hoffentlich nicht mit dem gleichen Spieler. Ich habe ein Bender. In der Innenverteidigung kommt dann Boateng. Der andere Innenverteidiger ist Haar. Was? Und links ist Alstenberg. Okay, ja, wir fangen mal, wir fangen mal sachte an. Wir fangen mal rechts an. Ja. Ich habe gedacht, dass du rechts Kimmich hast. Dass du genauso dreist bist wie ich. Bin dann weitergegangen mit einem deutschen Innenverteidiger von Bayern München. Ich habe Sühle gedacht. Ja. Ja. Ich habe Sühle. So ein Dreck. Danebendran habe ich auch einen deutschen, glaube ich zumindest, von Leipzig, Orbán. Ja, okay, habe ich da. Ja, und links habe ich leider nicht mit Leipzig weitergedacht. Ja. Ich habe Leverkusen. Ich habe Wendell. Du kannst alle behalten. Jetzt bin ich ready. Ich halte den Zettel rein. So Leute, damit verliere ich. Aber ich musste mich mal ein bisschen entscheiden. Ja, das ist bei Torhaut fand ich es auch selber schwierig. Also erstmal für dich zu entscheiden, aber auch selber für mich zu entscheiden, wenn ich nehme. Ich werde wahrscheinlich jetzt meinen Torhauter auch noch verlieren und dann werde ich auch das Spiel absolut verlieren mit der Mannschaft. Da habe ich sowieso keine Chance. Ich habe absolut... Ich habe eine... Mach, wen du hast. Ich habe aktuell eine 77er-Bewertung. So. Ich weiß nicht, wen du gedacht hast. Ich habe keine Ahnung. Es gab viele. Ich habe Boateng gedacht in der Verteidigung, das wäre ein Deutscher gewesen. Dementsprechend bin ich auch mit Deutschland gegangen und da gab es ganz viele meiner Meinung nach. Also es gibt Baumann, es gibt Rapp, es gibt Ulreich, es gibt Neuer, es gibt wen auch immer. Also ganz, ganz viele. Du hattest recht, also du hättest dich zwischen zwei entscheiden können, denn ich habe aufgrund chemietechnischer Gründe nochmal getauscht, ähm, da ich mir einen Bayern-Spieler nehmen musste, äh, um nur so auf die 100er-Chemie zu kommen. Und, äh, damit habe ich eigentlich schon verloren wahrscheinlich. Äh, ich habe dann einfach den Besseren genommen, in der Hoffnung, dass ich ihn behalten kann. Ich habe Manuel Neuer. Leute, ihr seht's, ich habe Neuer aufgeschrieben, habe es durchgestrichen und habe mich entschieden für Baumann. Ja! Es gab, es gab eigentlich fast nur diese zwei Optionen, wenn man zwei... Ohne Spaß, ich hatte vorher einen anderen drin, äh, ich hatte, äh, den drin, den ich für dich aufgeschrieben habe. Ähm, aber ich habe ihn dann rausgepackt und habe, äh, Neuer rein. Ja dann, den habe ich im Tor. Das ist die Frage. Ich weiß gar nicht, ob man den so schreibt. Wir werden nochmal nachgucken kurz, dann schneiden wir das raus. Das wäre richtig peinlich. Vielen Dank. Gut, ich habe als Torhüter einen aus Leverkusen. Ja, ich wusste es. Da der Ski. Ja. Als du gesagt hast, mit dem, mit dem Falschen richtig schreiben, da wusste ich, dass du den hast, aber ich habe ihn nicht. Aber ich habe einen einzigen Ziel von, von dir erraten. Ich habe, äh, Kevin Trapp aufgeschrieben. Achso. Ja, den hatte ich vorhin drin. Aber ich wusste nicht, ob man den mit einem P oder mit zwei P. schreibt. Aber, aber als du, als du den Satz dann gesagt hast, dachte ich so, ja, okay, safe Radetzky. Also, ja. Ja, sehr gut. Geile Scheiße. Ich habe immerhin Neuer dastehen. Äh, aber ansonsten besteht meine Mannschaft aus absoluten Helden. Junge, das wird ein geiles Spiel. Let's go. Ja. Let's go. So, Leute. Damit starten wir ein Spiel im Mercedes-Benz Stadium. Mein Lieblingsstadion hier in, äh, Food. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, einen geilen Ball haben wir ja übrigens. Der bringt mir hoffentlich Glück. Also, meine Mannschaft, äh, ich spiele in Rot. Micha spielt in Weiß. Jetzt gibt es mal einen Konter. Meine Spieler kommen absolut nicht hinterher. Ich habe auch zwei Innenverteidiger, die richtig gut spielen können. Äh, Alter. Du kannst halt nichts machen. Hätte ich auch gut und gern Bronze-Spieler haben können. Die sind auch geil. Siehst du da? Oh! Was ist das denn? Aber das war, glaube ich... Der ist kein Abseits. Wer war das? Ah, Kono. Ja. Yes. Nein. Oh, nein. Wenn Kimmich jetzt das Duell verliert, dann ist es eigentlich schon vorbei. Ja. Oh, Mann. Neuer, für was habe ich dich überhaupt? Dreck. Oh, Abseits. Ne, 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 das war kein Abseits. Ne, doch, nicht Loll. Jetzt. Oh, Mann. Der war so langsam, der Typ, aber... Oh, jetzt bitte nicht vor der Halbzeit. Mach, mach weg. Bei Neuer geht das nicht. Wenn du so einen Bronze-Torhüter hättest, dann... Da könnte man da ein bisschen abziehen. Vielleicht machen wir sowas nochmal, so eine Challenge. Weiß ich nicht, ob ich mich darauf einlasse. Wie nimmt der den denn an? Alter. Das ist da oben. Das ist so... Krampf. Lol, wie Kimmich da gerettet hat. Das ist so gut. Lol. Was hat das denn? Die sind halt so schlecht. Das ist so ein Position. Die kriegen sie nicht hin. Boah. Runter mit ihm. Schmeiß ihn runter. No rules hier mit inbegriffen. Ah, ich hab doch Hoffnung. Ich hab noch Hoffnung, weil es halt so knapp ist. Boah. Oh, jetzt köpft den doch rein, du. Das war der Torwart, oder? Ne, das war voller. Weg damit kommen. Nein. Zumindestens hab ich gewonnen. Zum zweiten Mal 2 zu 1 am heutigen Tag. Mann, da wär noch was gegangen, wenn die mal einen Pass angebracht hätten nach vorne. Aber gut, du warst schon absolut überlegen, also muss man auch sagen. Ja, naja. Der Nikolaus gewinnt. Nikolaus gewinnt. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 7. Danke fürs Zuschauen. Danke hier auch an Micha. Und dann würde ich sagen, bis dahin, hallo rein. Und ciao, ciao. Hab noch eine schöne Weihnachtszeit. Ciao. 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 Ciao.